In diesem Video möchte ich euch meine Kursziele auf Sicht von 4 bis 5 Jahren für den amerikanischen Aktienmarkt geben. Also für den Nasdaq 100, den S&P 500 und den Dow Jones. Was ich euch außerdem mit an die Hand geben werde, ist ein Indikator, der mit einer Zuverlässigkeit von beinahe 100% eine Aussage darüber gegeben hat, ob diese Rallye jetzt unterbrochen wird bzw. endet oder ob man zumindest mal mit einer relativ hohen Gewissheit einfach weiter drinbleiben kann. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, wir schauen gleich auf die Kursziele von Nasdaq 100, Dow Jones, S&P 500 und ich werde euch auch zeigen, warum es durchaus Sinn macht, zumindest mal in der aktuellen Ausgangssituation als Trader genau auf diese Indizes zu schauen. Auch wenn nämlich der DAX in den letzten Monaten sich ja ganz ordentlich entwickelt hat, es lässt sich sehr leicht erkennen, dass er insgesamt wesentlich trendschwächer ist. Und wir lassen hier mal außen vor, dass wir ja sowieso schon Performance und Kursindizes hier miteinander vergleichen. Das heißt also, der deutsche Aktienmarkt ist und bleibt voraussichtlich auch schwächer als die amerikanischen Indizes. Vorab aber ein kurzer Hinweis. Ja, ich liebe es ja, mir auch Kritik einzuhandeln bzw. ganz bewusst mal die Chance entstehen zu lassen, dass ich daneben liege. Ja, das gelingt. Und deswegen habe ich auf LinkedIn in dieser Woche bzw. am Wochenende, am Sonntag war das, einen schönen Post eingestellt. Nvidia, Dummheit der Woche. Ich habe nämlich hier eine Korrekturansage gemacht. Ihr seht den blauen Pfeil. Also wer Lust hat, sich das Ganze anzusehen, der schaut da mal vorbei. Ja, genug des Grinsens. Vielleicht kommt es ja auch ganz anders. Wir blicken zuerst auf den Nasdaq 100 und die Ansage, dass es einen Indikator gibt, der mit einer Zuverlässigkeit von fast 100 Prozent eine Aussage darüber gegeben hat, ob die Rallye weitergeht, also ob man investiert bleiben sollte oder ob eine größere Korrektur dreht. Dieser Indikator, das lässt sich hier leicht belegen, ist einer, der normalerweise im Trading auf niedrigeren Zeit eben, insbesondere im Daytrading und im kurzfristigen Swingtrading benutzt man ihn sehr gern, der dort zur Anwendung kommt. Das ist nämlich der 21-Tage-Durchschnitt. In diesem Fall ist es der 21er-Durchschnitt. Das ist diese blaue Linie auf Monatsbasis. Ja, jede Kerze, die ihr hier seht, das ist ja ein Chart, der sich über die letzten 10, 12, 13 Jahre erstreckt. Jede Candle, jede Kerze beschreibt den Handelsverlauf eines Monats. Ich muss es euch nicht erklären, eine grüne Kerze bedeutet, dass der Monatsschlusskurs oberhalb des Monatseröffnungskurses lag. Das heißt, nicht zwangsläufig, dass absolut gesehen der Kurs höher war. Ja, grüne Kerze sagt nur, Closing ist höher als das Opening. Und bei einer roten Kerze ist es genau umgekehrt. Und wenn wir uns jetzt diese sagenhafte Tech-Rallye ansehen, seit dem Beginn 2009, dann seht ihr, warum mit Technologieaktien das meiste Geld zu verdienen war. Denn kein anderer Index kommt derart trendstark daher wie der Nasdaq 100, in dem eben nicht nur die Magnificent, so heißt das, Seven drin sind, sondern auch noch viele andere Technologieaktien, die haben mehr oder weniger sehr ordentliche Rendite gebracht. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, diese blaue Linie, nochmal, das ist nicht geeignet, um jetzt eine Aussage darüber treffen zu können, ob der Index jetzt korrigiert. Es geht einzig allein darum, während einer Korrektur, während einer Konsolidierung, sagen zu können, ist das eine Kaufenswerte oder, Vorsicht, hier droht größeres Ungemach. Es drohte tatsächlich in den letzten zehn Jahren nur einmal Ungemach und das führte dann auch zu einem Kursverlust von 20 Prozent von dem Zeitpunkt aus, wo der Indikator zugeschlagen hat. Nämlich immer dann, und deswegen werdet ihr auch erkennen, ist es für den aktiven Handel eigentlich nicht so gut zu gebrauchen, immer dann, wenn eine Monatskerze diesen 21er-Durchschnitt unterschritten hat und dann nicht direkt wieder gekauft wurde. Denn hier ist es einmal im Jahr 2018, wir erinnern uns alle an das schwache vierte Quartal hier im logarithmischen Chart kaum noch zu erkennen, aber es ist hier passiert, wurde allerdings direkt wieder gekauft. Hier gab es im Jahr 20, gab es, ja, das war der Corona-Crash. Erinnert sich noch einer? Sieht in anderen Indizes natürlich ein bisschen anders aus. Hier gab es zwar zeitweise ein Unterschreiten des 21er-Durchschnitts, aber nicht zum Schlusskurs. Dann ging es weiter aufwärts. Und dann gab es hier im Jahr 2022, als diese Corona-Rallye dann korrigiert wurde, gab es das Unterschreiten und in der Folge ging es dann auch, wenn wir uns den Schlusskurs anschauen, 12.800 im Tief bis etwa 10.300. Also ein bisschen 20, 22, 23 Prozent aus dem Kopf heraus. So, wir haben mittlerweile diese Linie wieder überschritten. Wir schauen die uns gleich auch noch bei den anderen Indizes an, nur um einmal zu belegen, was ich eingangs sagte. Der DAX ist ein trendschwächerer Index. Dort funktioniert diese Herangehensweise nämlich nicht. Ja, hier wird der gleitende Durchschnitt dauernd unterschritten. Wir haben es also in Schwächephasen häufig mit einem Index zu tun, der dann stärker fällt als andere Indizes. Indizes und in bullischen Phasen zeigt er dann durchaus auch seine Stärke. Aber wir sehen, es kann nicht mal ansatzweise mit dem mithalten, was wir im Nasdaq 100 sehen. Im Übrigen auch nicht in den anderen amerikanischen Indizes. Das hat jetzt nichts mit einem Value-Ansatz zu tun. Der Gedanke, dass möglicherweise europäische Aktien billiger sind, einzelne Branchen und, und, und. Das alles tut hier nicht zur Sache. Es ist eine technische Analyse. Und auf die möchte ich mich heute auch beschränken. Ihr könnt übrigens gerne mal, ich weiß, dass viele von euch ja aktiv handeln, traden auf den verschiedensten Zeitebenen. Solche Beobachtungen, wie jetzt in diesem Fall der 21er Durchschnitt auf Monatsbasis, die gibt es selbstverständlich auch in anderen Basiswerten mit anderen Durchschnitten. Und das ist so ein, das sind sehr einfache Tools, sehr einfache Instrumente. Man muss ja noch nicht mal an Schadtechnik glauben, dass, wenn wir uns das noch mal ganz kurz im Nasdaq anschauen, das ist ja etwas, was jetzt nicht erst seit 2008, also mit neuer, lockerer Geldpolitik oder sonst irgendwie zu tun hatte. Also man darf ja durchaus in die Jahre davor gehen und sieht ein ähnliches Verhalten. Das hätte, wenn wir hier die, die meisten von euch sind, weil ihr natürlich jugendlich knackig seid, werden sich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich kann mich an das Platzen der Dotcom-Blase erinnern. Und dieser einfache Indikator, der im Prinzip in den US-Indizes immer funktioniert, hätte auch hier gesagt, beim Platzen der Dotcom-Blase, auch wenn man vielleicht auf die Idee gekommen hätte, naja, der Index hat ja schon 30% korrigiert, soll ich jetzt noch aussteigen? Ja, er ist dann in der Folge nochmal massiv eingebrochen. Und seitdem funktioniert dieses relativ simple Spiel. Es ist nicht mehr als ein Hinweis. Es ist natürlich nicht, er setzt dann nicht die Analyse auf niedrigeren Zeitebenen, weil du natürlich im Regelfall versuchst, dann früher eine Bewegung zu erkennen und nicht erst, wenn wir vom Top dann schon 10 oder 20% abgegeben haben. Es ist dennoch ein ganz interessanter Hinweis. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann schreibt mal eure Erfahrungen, was ihr so auf Tagesbasis oder Wochenbasis benutzt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare unten rein. Dann hat so eine Community einfach auch einen Mehrwert für uns alle letztlich. Ich werde mir natürlich die Kommentare dann auch sehr gerne durchlesen. So, jetzt schauen wir auf die anderen. Ach nein, selbstverständlich. Hallo? Was war denn hier die Ansage? Meine Kursziel für 2024. Der Nasdaq 100 darf. Und jetzt kommt ein bisschen Wunschvorstellung rein, weil eigentlich kann ich euch natürlich nicht sagen, ob wir jetzt so, so, so steigen oder ob wir so steigen, dann so, so. Ich erwarte insgesamt etwas mehr Volatilität. Aber nur der Hinweis, wo handelt derzeit der 21er Durchschnitt bei 13.300? Man sieht es auch hier oben. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir vielleicht noch eine Korrektur sehen vorher. Ansonsten komme ich nicht umhin, für die nächsten Jahre deutlich höhere Kursziele auszumachen. Und das, wenn ihr euch das ansieht, würde jetzt letztlich nur eine Bewegung bedeuten, die sich so fortsetzt wie in den letzten Jahren. Das sieht unspektakulär aus. Theoretisch könnte man es auch steiler zeichnen und denkt immer daran, dahinter steht nur ein fundamentaler Satz. Dahinter steht natürlich immer eine Devaluation, wenn ihr so wollt. Das heißt, in so einer Phase wird sehr wahrscheinlich die Kaufkraft massiv sinken. Über negative Realzinsen, das müssen gar keine hohen inflationären Phasen sein. Also, dahinter kann durchaus auch eine Verschlechterung des ökonomischen Umfeldes sein. Zumindest mal für diejenigen, die sich nicht gegen Geldentwertung schützen können. Ja, ich möchte gar nicht Crack-up-Boom. Und man könnte sich alles Mögliche ausdenken. Die Zeiten müssen nicht besser werden, damit die Indizes steigen. Ja, in den letzten Jahrzehnten, das ist ja die große Kunst der Crash-Propheten gewesen, aus der Sorge vor schlechteren Zeiten dann abzuleiten. Irgendwann muss das alles in Schutt und Asche zusammenfallen. Das ist aber in dem Moment, wo man die Notenbanken als Variable mit in diese Gleichung bringt, einfach abwegig. Weil wir es in der Vergangenheit erlebt haben, dass an der Börse, sehr vereinfacht formuliert, schlecht, gut war und umgekehrt. Warum? Wenn eine Notenbank gar keinen anderen Ausweg mehr sieht und die Notenbank hat heute ein indirektes Mandat, meines Erachtens in den USA die Aktienkurse nicht einbrechen zu lassen, weil die Baby-Boomer ihren Gesamten, einen Großteil ihrer Pensionen im Aktienmarkt haben. Über Pensionsfonds und so weiter. Es ist meines Erachtens undenkbar, dass das Plunge Protection Team, die FED, die Regierung, die Hinterzimmergespräche sucht euch die Verschwörungstheorie eurer Wahl aus. Für mich ist es keine Verschwörungstheorie, sondern Fakt. Die Aktien dürfen nicht massiv einbrechen. Ansonsten haben wir in den USA ein enormes Problem und die Notenbanken haben die Power daran, etwas zu ändern. Der Dollar wird definitiv nicht mehr wert. Die Sachwerte steigen dann netto. Natürlich nicht so viel, weil ja die fehlende Kaufkraft dem entgegensteht. Aber nichts zu machen ist ein fataler Fehler. So, das heißt, mein Kursziel für Nasdaq 100 auf Sicht der nächsten 4-5 Jahre liegt zwischen 21.000 und 26.000 Punkten. Ist das Bullish? Das ist Bullish. S&P 500. Gucken wir ebenfalls drauf. Habe ich den richtig? Ja, den können wir nehmen. Auch hier hat nicht mit gleicher Zuverlässigkeit, weil wir einmal eine Phase hatten im Jahr 2015, 2016, wo die Zuverlässigkeit von 90 bis 100 Prozent ein bisschen gestört wird. Also wir haben nämlich einmal hier eine Kerze. Hier seht ihr diese kleine, kaum erkennbare. Im Februar 2016 hat er darunter geschlossen unter dem 21er-Tage-Durchschnitt. Dann gab es noch eine Kerze darunter und dann wurde das Ganze erst wieder gekauft. Und das sieht dann nicht mehr ganz so sauber aus wie im Nasdaq 100. Grundsätzlich ist aber auch hier die Marke recht deutlich. Das heißt, wir dürfen von einer Fortsetzung der Rallye ausgehen, solange der S&P 500 nicht per Monatsschlusskurs unter 4.100 78 Punkten aktuell schließt. Auch hier kann es im Weiteren, ja, wir sind schon durchaus den, na sagen wir mal, es ist recht viel Vorschuss-Lobbyen im Markt drin. Und das alles muss uns aber nicht interessieren heute. Es ist eine technische Betrachtung. Wir machen jetzt mal, weil es wirklich für mich in einer technischen Betrachtung keine Variante gibt, die ich präferiere. Ich wünsche mir eine Korrektur im Markt im zweiten Halbjahr. Das wäre nämlich für den Einstieg sehr viel einfacher. Aber, anders als im Nasdaq 100, sagen wir jetzt einfach mal, tut uns nicht den Gefallen. Wurschtelt sich hier langsam weiter hoch und kämpft sich dann hier raus. Im S&P 500 liegt mein Kursziel zwischen 6.500 bis 7.500 Punkten. Ebenfalls deutlich über den aktuellen Notierungen. Das entspricht auch dem meiner Annahme, dass wir einen weiteren Liquiditätszyklus bekommen werden. Und nochmal, ich verspreche, nur noch einmal, ich weiß, dass ich mich manchmal wiederhole, aber es ist mir dann besonders wichtig. Der Gedanke, es kann doch nicht sein, hast du dir die Welt drumherum mal angeguckt. Gerade weil ich mir die Welt drumherum angeguckt habe, glaube ich, dass wieder mehr Liquidität in den Markt reinströmen wird. Das alles sollte aber, das wäre gesünder, möchte ich heute nicht weiter erläutern, wieso. Es wäre einfacher, wenn wir erst eine Korrektur sehen, weil viele Marktteilnehmer sehr deutlich in eine Richtung positioniert sind. Hängt auch mit dem Anleihenmarkt zusammen. Also das Enttäuschungspotenzial ist jetzt schon gewachsen. Und welche Aktien nachher für diese Rallye sorgen, ist völlig egal. Wir erleben, dass es die Top 7 Aktien waren im Nasdaq 100. Es könnte aber genauso gut der breite Gesamtmarkt sein. Es könnte auch zig Gründe dafür geben. Energie wird wahrscheinlich sehr viel billiger werden, global betrachtet, in den nächsten 10 Jahren. Es könnte sein, dass AI-Entwicklung zu mehr Effizienz führt und, und, und. Die Gründe sind für eine technische Betrachtung oder, wie es andere nennen, Kaffeesatzleserei, erst mal egal. Und zum Schluss schauen wir noch, nein, den wollte ich doch nicht. Da brauche ich natürlich einen längeren. Den hier, den schauen wir uns auch noch an. Dow Jones Industrial, da ist der Indikator, der Nasdaq 100 ist der stärkste. Der S&P 500 ist der zweitstärkste Index. Der Dow Jones ist momentan technisch sehr stark. Aber in the long run natürlich, weil er nicht die Aktien drin hatte, die zuletzt so außergewöhnlich performt haben. Deswegen finde ich hier den gleitenden Durchschnitt nicht so interessant. Auch hier wurde der zweite gleitende Durchschnitt, den ich immer benutze, den 100er, praktisch nie unterschritten. Aber ganz ehrlich, das würde ich dann auch im Bereich der Beliebigkeit einordnen, weil es hilft mir natürlich nicht, wenn wir jetzt bei 35.000 Punkten sind, dass ich dann, wenn 26.000 Punkte unterschritten werden, sagen kann, oh, hoppala, da könnte eine Korrektur anstehen. Ja, 10.000 Punkte tiefer ist das natürlich nicht mehr ganz so interessant. Und wir sehen, dass hier der 21-Tage-Durchschnitt permanent unter- und überschritten wird. Er ist halt insgesamt etwas trendschwächer, ändert nichts daran, dass ich im S&P, Dow Jones, Entschuldigung, ebenfalls bis 2070 höhere Kursziele sehe. Der könnte meines Erachtens allerdings etwas volatiler laufen. Aber auch hier sind die Kursziele für das Jahr 2027 höher. Dabei belasse ich es einfach mal und freue mich auf eure Kommentare. Schönen Abend, bis dann und ciao. Vielen Dank.